Tja, das Problem ist, so viel haben wir nicht mehr. So, Karnzen war das mal und es besorgt Eisen, 43, 43 Leute. Und es ist kein Eisen da. Die Wege verkürzen. So, Karnzen. So, Karnzen. So, Karnzen. So, Karnzen. Oh jeh, oh jeh. Pass auf, alles einstellen. Die soll jetzt dafür so ins Eisen rankommen. Eisen, Eisen, Eisen. Die ganzen Baustellen. 32, da fehlen nicht mehr viele. Eigentlich könnte er, weil hier fehlt ja auch. So gut wie gar nichts mehr, könnte er hier oben auch machen. Aber hier oben in der Ecke hat noch ganz schön viel gefehlt. Ja, das können wir noch nicht leisten. Wenn wir hier über 100 sind, machen wir weiter. 78, 79, 71, um Gottes Willen. Steigt und steigt weiter. Wird abgebaut. 17, 16 Tools. Und es schreibt 27 Tools. Und es ist auf 75 gestiegen. Ja, das weiß ich selber. Ja, wie gesagt, Stein haben wir auch nicht verbraucht. Genau wie Holz. Da sind wir auch im Soll. Da sind wir auch im Soll. Da auch. Oh Gott, aber es sinkt wieder langsam. Von 75 auf 68. So und ihr seid auch wieder dabei. Gut, ihr braucht noch. Ihr schafft es auch wieder. Das heißt, da gibt es dann auch mal wieder so knappe 1000 Nahrung mehr. Ja. 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 Da war es auch mal. Du hast es also gekommen. Ach egal, das war das Ding weit, nee, lass mal nicht, lass mal, lass mal nicht, schwierig. Windsteiner, Windsteiner und Bricks, steigt wieder. Kleidung Level 500, neu. Da werde ich auch mal ein bisschen mehr haben, ach komm, machen wir das so. Produziert einfach, was wir haben, haben wir, ich hoffe ich habe hier oben schon 120 Kerzen drin, jawoll, weil, wie gesagt, 57, na gut, das geht noch, 120 und wie viel willst du haben? Auch 120. Wenn ich jetzt sage, diese Priorität hier am höchsten und ich gebe euch jetzt neun Bauarbeiter. Geht ihr hier rein oder geht ihr nicht hier rein? 0, 0, 0. 51, 56 Eisen, mittlerweile 87 Leute ohne aber jetzt geht's zum Winter hin, jetzt kommen wir gleich wieder ordentlich Labor zur Verfügung die hier hoffentlich ordentlich Eisen raus prügeln dass die jetzt hier voll durch produzieren können das wäre der Optimalfall oh man, 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 man ich rechne jetzt hier mit 20.000 weniger Nahrung in der Saison Minimum was machen denn die Blacks, wenn sie dort arbeiten, guck mal da, 33, ach so, jetzt holt ihr anscheinend gerade Eisen ab die arbeiten wieder, aber die haben uns schön das Eisen jetzt für Joga abgeholt, ne ein bisschen einstein die ganzen Häuser brauchen auch alle Eisen naja gut, jetzt haben sie alle ihr Eisen mal guck mal an hier, 600 wenigstens ihr könnt wieder wenigstens ihr könnt hier ein bisschen mehr Nahrung reinbringen da sind 3, 0, 0, wo sind denn die anderen? so, warte mal jetzt so 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 Ich weiß nicht warum, aber durch diese extreme Krise würde ich ganz gerne wirklich alle Nahrung kaufen die wir kriegen können und hat so viel Ich fahre es, alles ist ja damit, alles ist ja damit. 157 eisen und ich bitte euch macht weiter hier oben ist noch ein riesen vorkommen das nehmen wir natürlich auch mit und natürlich zwei blacksmith sofort dazu du hast kein eisen ok tools produce 477 280 aufgrund des eisenmangels ihr seid gut dabei besser als ich gedacht habe muss ich ganz ehrlich sagen wir brauchen zwei cleric das wird auch gebaut dann geht es da auch gleich wieder runter jeweils die märkte hier oben ok hier fehlen die steine genau wie dort fehlen die steine hier fehlen die steine und hier unten stehen steine ok also es scheitert jetzt gerade wirklich nur noch an steinen Eisen haben wir wieder genug unsere blacksmiths müssen daraus jetzt nur ordentlich tools machen aber ich rechne trotzdem immer noch mit 20.000 aber mit 80.000 nahrung werde ich in der saison schon zufrieden und wo ich noch mit deutlich zufriedener wäre wenn wir hier unter 100 kommen wieder und wo ich noch mit deutlich zufriedener wäre wenn wir hier unter 100 kommen das ist jetzt das erste ziel unter 100 ohne tools zu kommen ziel nummer 2 für nächste Aufnahme Session wäre ja ich denke mal unter 50 ist die nächste Aufnahmestunde realistisch so du hast auch genug steine das heißt du kannst auch gebaut werden und dann müssen wir erstmal ganz 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 dringend Tools sparen nicht Tools sparen ähm Stein und Eisen sparen in der Zeit können die ja hier oben den Wald weg machen weil hier sollen ja dann unsere Forsthäuser hin aber wie gesagt vorher möchte ich alles weg haben Produktion Produktion ok Minimum Ziel erreicht aber ich weiß noch nicht ob da jetzt der Einkauf mit dazu gerechnet wird wenn man sieht wir haben jetzt 74.000 Nahrung das ist der Höchststand aber hier haben wir auch 10.000 Nahrung gekauft dann wäre es trotzdem nicht schlecht die kriegen das tatsächlich alles nur weg hier definitiv sehr schön und trotzdem kommen die mit den Tools nicht hinterher und trotzdem kommen die mit den Tools nicht hinterher und trotzdem kommen die mit den Tools nicht hinterher das war eine neue Blacksmith ich denke mal nächste Saison sieht das deutlich besser aus beziehungsweise nächstes Jahr aber jetzt hat man ja große Eisenprobleme jetzt haben wir aber wieder 300 da sollten sich auf jeden Fall ein paar Tools draus zaubern lassen wir werden jetzt bei 102 da kam gerade eine ganz große Gruppe Studenten ein Labor dazu da unten ist 50 Eisen drin was ist denn das hier ach das zählt als Lumber oder als Building Replies und Bricks das heißt ihr habt das hier unten genug Bricks oh ja es wird gebaut und Steine sind auch da das heißt uns fehlt jetzt wirklich nur noch hier oben 50 Steine und hier oben 40 Steine und wir sind unter 100 Leuten die Tools brauchen das ist sehr schön dann würde ich sagen damit bedanke ich mich fürs Zuschauen würde mich freuen wir jetzt nächstes Mal wieder weiter ich war der Opa und sage tschüss bis zum nächsten Mal